Liebe Schwestern und Brüder, vielleicht nehmen wir dieses zentrale Wort, das hier mitten in diesem Streitreden mit seinen Zeitgenossen fällt, das Jesus von sich selber sagt, mit in die kommenden Tage, auch mit in die Heilige Woche, schon mit in das Geschehen und Lansalus, dem wir am Samstag folgen werden. Aber wenn jemand an meinem Wort festhält, wird er auf ewig den Tod nicht schauen. Adrian von Speyer schreibt Folgendes dazu. Alle Wege zum ewigen Leben der Trinität werden zurückgebunden in das Wort. Der Herr stellt das Wort in die Mitte und er selbst unterstellt sich seinem eigenen Wort. Das Wort als Botschaft vom Vater ist ihm wichtiger als er selber. Er will nichts anderes sein als dieses Wort und will auch als nichts anderes gelten. Auf das Wort sollen sie hören, das Wort sollen sie bewahren, denn das Wort verbirgt das ewige Leben. Wer es auch bewahrt, wird ewig leben. Man kann es auch hören und dann in sich verdorren lassen, wenn man es nicht achtet, wenn man es wie ein Ding unter vielen anderen Dingen behandelt und für eine spätere Gelegenheit auf die Seite legt. Weil das Wort lebendig ist, braucht es Nahrung und eine Umgebung, in der es gedeihen kann. Dieser Nahrung ist die Liebe des Menschen zum Wort, zum ausgesprochenen Wort, das der Sohn ist, und zugleich zu dem, der es ausspricht, zum Vater. Im Wort also ist beides enthalten, Vater und Sohn und auch die ganze Liebe zwischen Vater und Sohn. Aber nichts verhält so rasch wie das Wort, wenn es nicht aufgenommen wird, nicht sofort Wurzeln fassen kann. Man kann es nie für später beiseite legen und denken, man werde darauf zurückgreifen können. Es gibt kein Spät, sondern immer nur das sofortige Heute.